So, so schlecht sieht das hier ja nicht aus. Ich wollte euch mal den berühmten Park zeichen, wie er im Winter aussieht. Hier war ich schon sehr oft und habe Philosophie-Videos von euch gedreht, für euch. Sowohl Natur-Bur-Videos als auch, naja, Messie-Videos. Und über Klimaanlagen im Hochsommer. Schauen Sie jetzt bei diesen Playlists vorbei. Ja, hätte ich nicht gedacht. So, ich hoffe, jetzt ist jedem klar, dass die Klimaerwärmung eine Lüge ist. Denn ich erstick im Schnee und habe hier immer Badelatschen an, weil ich faul bin. Ja, ich bin ein echt hartgesotter Kerl. Auch im Winter habe ich Badelatschen an. Ja, das muss man verstehen. Ja, so ist das. Ja, ja, ja. Ich kann sehen, so ich, oh, das ist mein Lieblings-Look. Ja. Ein Jahr ratet ja nicht, wo ich auf dem Weg bin hin. Ach, guck mal, Autos heulgeschneidt ist ja unfassbar. Ja, ich muss das filmen, weil echt selten Schnee, aber er ist da und Minustemperaturen auch. Ich habe heute, oh, Ende Januar, Tag. Ich kriege, da ich ja außerhalb der Matrix-Lebel nur noch grob einen Monat mit, wenn überhaupt. Uhrzeiten und Tage sind nicht mehr so meins. Im Erfassungsfall absolut nicht nötig für ein überwiegend frei selbstbestimmtes Leben. So, ja, Mensch, sieht das nicht schön aus. Ich sollte euch öfters mal mit auf den Weg dahin nehmen, wo ich jetzt hingehe. Was ihr ja raten dürft. Mein Beutel hat nebenbei auch Flaschmelk gebracht. Und natürlich nur Jogginghose ohne Schlüpfer an, weil er faul ist. Also, gerade trotzdem meiner wunderschönen Armeejacke mit zwei Ersatzknöpfen, die ich von meiner Oma habe annähen lassen. Ja, man muss halt alles reparieren und recyceln. Und nie wegschmeißen, neu kaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist das nicht schön. So sehen übrigens alle Straßen der TTA aus, by the way. Hier hat sich seit 1970 nicht das geringste ändert. Das erwähne ich nochmal, weil sich einige Leute schockend unter meinen Videos diesbezüglich geäußert haben, als ich meine Garage gefilmt hatte. Ja, das ist in ganz normalen Straßen. Heißt es nicht, meine Garage. Wenn ich Videos gedreht hatte, hat sich der eine oder andere dann doch gewundert, wie das hier aussieht. Ja, seit 1970 exakt gleich. Und das ist auch gut, denn ich hasse Veränderungen. Ich bin erzeugt. Ach, hübsch. Jetzt auch ich noch für heute. Bis dann.